Ich gehe in jedes Bundesliga-Stadion und bewerte dort das Essen, das Bier und manchmal auch die Stimmung. Die werden dann bewertet und alle auf eine Tabelle gepackt. Heute ist dran... Jatta gewinnt! Hallo, ich nehme ein Bier. Ciao, ciao! Kindle! Ist nicht so meins, aber ich trinke es trotzdem. Döner! Dankeschön! Lecker! Besser als 90% der Döner im Rest von Deutschland! Ich glaube, mit einem Stadionbesuch sind wir hier nicht durch. Wir haben hier noch Pulled Pork Burger. Wir haben da noch einen Stand, wir haben da noch einen Stand. Das schaffe ich niemals, alles in ein Video zu bringen. Mein Hotdog gibt es mit scharfer Soße, habe ich noch nie gesehen. Die Wurst ist kalt. Boah, die scharfe Soße ist scharf. Eine 5. Einmal Currywurst-Pommes, bitte. Kommen wir mal die Pommes. Passt so gut wie auf Lautern für eine Pommes im Stadion. Über die eine Achtung. Currywurst in Berlin. Boah, es ist pulverscharf. Aber ansonsten die Currywurst. Das Stadion, bisher auf jeden Fall die beste, die ich bisher gegessen habe. Grandios. Und mit Hertha BSC haben wir auf der Bundesliga-Stadions-Essenstour einen verdienten Platz 2. Der Döner war grandios.